hallo hier ist thomas schaufelt und ich bin hier zusammen mit mia diamond hallo freut mich sehr ja ist hier und und will uns einiges von ihrem leben erzählen und das freut mich dass du da mitmachst freut mich auch dass du bei mir jetzt bist ja mir wie hat das alles angefangen erstens möchte ich sagen dass ich sehr froh bin dass ich jetzt neben dir sitze und das ist weil thomas für mich sehr viel hilfe gibt dass ich mein leben wieder in ordnung haben kann also wo ich anfangen könnte von vielen vielen jahren vorher bin ich in ungarn geboren am ballaton mit meinen zwei geschwistern mit meiner mutter habe ich dort geliebt es war nicht so eine schöne zeit schlechte zeiten und schwere zeiten und ich war die älteste in der familie und ich habe mich entschieden dass so bald wie möglich werde ich unser leben besser machen und das meine ich natürlich finanziell also es war mit dem geld ballaton das ist ein wenig weg von budapest auf dem land sehr ruhig es war sehr schwierig mit dem geld dort auf dem land ja und ich glaube dass das ist auch ein problem gewesen dass das wir alleine mit meiner mutter gelebt haben also sie war die einzige die für uns alles machen musste das ist mit einem vater der war doch auch musiker oder ist immer noch musiker er ist musiklehrer ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen ich war drei jahre alt als meine eltern geschieden sind aber danach habe wir das natürlich noch getroffen schon seit zehn jahren keine kontakt mehr ich hoffe es kommt die zeit ok und dann so circa mit 18 jahren hast du eine große entscheidung getroffen sehr viel kraft aufgebracht erstens wollte ich auf jeden fall arbeiten damit ich meine familie helfen kann aber diese große kraft ist ein bisschen später gekommen ich habe an einem tag aufgewacht und dann zu mir gesagt das ist schon zu ende ist egal jetzt gehe ich weg und mache etwas ich hatte meinen freund wir waren zusammen schon seit drei jahren und fast vier jahren und ich habe zu ihm gesagt wir fahren nach budapest und wir leben dort und wir machen egal was ich weiß wir können unsere leben retten kommst du mit mir oder nicht er hatte keine chance musste mit mir kommen und ja wir sind nach budapest gezogen und wie lange ist das herr circa das war in 2003 also im 2003 ja genau und dann und dann ist es weitergegangen ich habe nach kurzer zeit in der poliindustrie arbeiten angefangen zu arbeiten und erstens nur mit meinem freund und solo geschichte und sowas und das war gutes geld in dieser zeit und ich war sehr froh weil ich konnte so viel verdienen das alles zu hause in ordnung und das war für mich sehr sehr wichtig weil meine zwei geschwister die waren jünger als mich und wir waren wirklich an der grenze dass sie weg von uns werden und dort in dieser pornoindustrie oder dazu was hat es vielleicht noch sechs film geheißen oder zehn jahre vorher hat es noch sechs film geheißen und plötzlich hat es dann bono geheißen da warst du ja sehr erfolgreich schon sehr schnell wie hat es funktioniert oder was hast du auch erreicht ich habe damit gar nicht gerechnet und auch wenn das ein wenig blöd klingt muss ich sagen dass ich dass ich froh war als ich meine erste abwand bekommen habe in dieser zeit war das so ein preis genau das ist so wie mit die goldene palme von kann an dem filmfest spielen hat sie den erst den preis bekommen in der pornoindustrie auch in kann übrigens es war ein sehr gutes gefühl weil normalerweise alle wissen wie das läuft muss geld haben muss gute position haben und so weiter und so fort und ich habe gar nicht damit gerechnet dass ich sowas erreichen werde und das hat mich dann so fertig gemacht weil das war für mich so eine schöne sache und schönes gefühl dass ich diese sache von den menschen von den zuschauern sagen wir mal so bekommen habe ohne dass ich mehr als bezahlen oder sowas machen sollte und deswegen das hat mich dann weitergebracht mehr kraft gegeben ja fast sieben jahre lang habe ich viel mehr getreten und in diesen sieben jahren hast du ganz viele preise bekommen ja zehn ja okay und die sieben jahre waren eigentlich zum arbeiten für dich nicht schlimm und hast du schlimme sachen erlebt oder war es eher so es war schön toll ich muss sagen als ich beendet habe das war die richtige zeit umsonst ich war in ordnung mit den sachen also zum glück das ist überall so ich glaube wenn du berühmt bist oder sowas dann nach einer zeit gott sei dank kannst du auch sagen mit wem du arbeiten möchte das oder was du akzeptierst oder was nicht und das war eine große höhe deswegen konnte ich auch so lange da drin bleiben weil ich könnte auch selbst entscheiden mit wem und dann mit welcher produktion ich filme drehe eben sieben jahre ist vermutlich auch schon lang die meisten machen das wie lange so es hängt davon ein zwei jahre es gibt welche die lange und wie viele drogen waren da zum beispiel ein spiel oder sachen wo du gedacht dass dort schon gedacht hast das ist irgendwie zu viel zu komisch weil du bist ja ein herzensmensch und hast du dort eben was hast du da erlebt hast du da irgendwie gespürt ich wollte wollte gerne etwas verändern also ja nach keiner zeit ist das gekommen und ich wollte auch etwas selbst machen selbst eigene geschäft machen oder business weißt du nach einer zeit ich kann das nicht wirklich sagen warum ich das gefühlt habe dass ich das fertig beenden muss aber es war einfach genug als ich habe als ich das gefühl hatte dass ich mich total verliere als mensch und als robot gehen gehen machen machen und wenn du das nicht mehr mit lust machst oder so dann wenn das möglich ist muss man verändern und jetzt bist du in dieser veränderung ja veränderung ist eine große sache schwere sache und ist nicht zu ende wir sind immer auf dem weg und ich hoffe dass das alles gut laufen wird und ein großes ereignis in deinem leben war dein sohn ja das ist ja gekommen ja er ist ein bisschen mehr als vor drei jahren geboren und ich bin die glücklichste frau muss ich zu sagen weil wirklich er ist mein alles und ich denke mir immer wenn das alles so passieren musste oder auch noch schlimmer sein musste aber ich bin immer so ich bekomme ihn da hat er auch etwas natürlich kraft gegeben und natürlich auch etwas gelehrt über die liebe oder so plötzlich hast du etwas gespürt was du vorher nie kanntest was war das für dich das war die richtige wahre liebe liebe clean ohne ohne egal was nur einfach dieses gefühl was wir normalerweise im leben immer nicht immer aber ein minimum wissen wollten oder minimum einmal erlebt haben sollten aber das das gibt es nicht heutzutage und von ihm habe ich das bekommen wie das wie das sich anfühlt glücklich zu sein ohne dass jemand nur weil du da bist ich liebe dich eben bedingungslos egal wie es dir geht ja und das ist ja dann auch das thema was uns zusammengebracht hat wie würdest du sagen was können wir was wollen wir den menschen schenken mit unseren erfahrungen was kannst du was willst du den menschen schenken mit deinen erfahrungen ich möchte den menschen dieses gefühl schenken ich weiß dass dass es sich ein bisschen anders oder vielleicht auch lustig ich bin mir sicher dass wenn man das einmal im leben gefühlt hat wie das ist worum es geht danach wird alles ganz anders dann kennt man wie man leben muss leben kann wie wir aber dazu braucht man kein kind sondern du hast das jetzt erlebt und gespürt und du kannst es auch den menschen weitergeben was es braucht dass ich sage jetzt mal du warst im sex und kommst jetzt in die liebe also sage jetzt mal sechs machen und jetzt hast du erkannt und ich auch es geht gar nicht um sex und liebe leben das haben wir jetzt beide verstanden es hat lange gebraucht und ich glaube das ist das was du auch weitergeben kannst du also man braucht keine kinder um das zu erleben das stimmt das geht nicht darum dass wir auf jeden fall kinder haben müssen wir alle haben anderes leben aber eine sehr wichtige sache ist dass wir oft denken dass sexuelle sachen die richtige liebe bringen können es kann sein aber das ist nur im kopf und das ist nur weil du das richtige gefühl nicht kennst aber das kann man auch ganz schön zusammen bringen und auch von den sechs sachen die liebe sachen eine erklärung finden ohne wörter und ich bin mir sicher dass wir das weitergeben können ok und wasser wie sieht dein leben in zukunft aus aus weltbereisen was wünschst du dir da für dich in deinem leben ganz einfach dass ich ja dass ich dieses gefühl immer habe dass ich glücklich bin das ist die erste und das ist das bedeutet für mich familie und familie ist ein sehr starker wort und das das ist familie ist für mich wie ein gefühl bedeutet gefühl bedeutet liebe und ich glaube wenn du das hast dann hast du danach alles im leben das gibt dir die kraft haus zu kaufen arbeiten und wie du wirst das ist erstens dass du glücklich bist und die liebe kannst und kannst ok vielen dank fürs zuschauen es werden noch weitere gespräche folgen wir sagen mal tschüss zu euch dankeschön an am 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 Vielen Dank.